Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Heute sollen wir ein Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine ratifizieren. Und das ist keine gute Idee. Ich gebe zu, erstmal klingt es gut, Doppeltversicherungen sollen vermieden werden, Arbeitnehmerentsendungen sollen leichter werden. Aber es gibt drei große Problemkomplexe, die hier auftreten. Einer ist außenpolitischer Natur, der zweite betrifft die Entsendung und der dritte den Leistungsexport in das andere Land. Ich will ausführen. Die erste Frage stellt sich in der Tat, wer ist Ukrainer? Nach Artikel 1 des Abkommens gilt ukrainisches Recht. In Ordnung, juristisch ist das klar. Aber es wird praktische Anwendungsprobleme geben bei der Frage, wer ukrainischer Staatsbürger ist, wer sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats aufhält. Zum Beispiel auch, wenn jemand auf die Krim entsendet. Der Status der Krim wird in der Tat kopfzerbrechend bereiten. Der zweite Problemkomplex betrifft die Regeln des Abkommens zur Entsendung. Sie erhöhen die Gefahr des Lohndumpings und der sozialen Ausbeutung. Selbst die Entsenderichtlinie in der EU funktioniert ja schon nicht. 24 Kalendermonate lang sollen die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaats gelten. Das heißt also, zum Beispiel, Ukrainer arbeiten in Deutschland bis zu 24 Monate mit ukrainischer Sozialversicherungen. Und die ist, wie wir wissen, desolat und auch billig. In der Ukraine beträgt der Arbeitgeberanteil 22 Prozent. Da kommen noch drei Prozent Arbeitnehmeranteil dazu. Vergleichen Sie das mal mit den fast 50 Prozent, die man in Deutschland berappt. Ich sage Ihnen was, ein Arbeitgeber, der hier potenziell entsenden kann, der wird entsenden und nicht regulär bei uns anstellen. Und damit leisten wir der Wirtschaft, der Sozialversicherung und vor allem den Menschen einen absoluten Bärendienst. Der dritte Problemkomplex betrifft die Rente. Versicherungszeiten sollen zusammengerechnet werden, Versicherungsleistungen auch ins andere Land bezahlt. Das ist so lange unproblematisch, solange reine Versicherungsleistungen gezahlt werden. Aber dies ist ja nun mal Deutschland. Und die deutsche Rente ist von der Union, der SPD und anderen mit versicherungsfremder Wahlwerbung so überfrachtet worden, dass wir jetzt mittlerweile haben Mindestentgeltpunkte mit Aufwertung der Leistungen, Mütterrente. Demnächst die Grundrente, ich bin mir sicher, für 2021 fällt Ihnen auch noch ein Bonbon ein. Und das sind alles Pullfaktoren, die auch zum Missbrauch natürlich einladen. Deutschland und die Ukraine sind sehr ungleich. Der Durchschnittslohn in der Ukraine beträgt 275 Euro im Monat. Das sind nach deutscher Versicherungslogik 0,07 Entgeltpunkte im Jahr. Und Sie erinnern sich sicherlich noch an die Mindestentgeltpunkte-Grenze aus SGB VI von 0,0625 im Monat. So unterschiedlich ist das da. Entstehen Renten, die wir Deutsche massiv aufwerten werden müssen. Und ein Problem entwickelt sich da eben auch bei der Kinderentgeltpunkte-Auszahlung. Kindererziehungszeiten werden ja nach Artikel 15 Absatz 4 des Abkommens berücksichtigt. Und nach § 56 SGB VI gibt es drei Rentenpunkte für Kinder, die in den ersten drei Lebensjahren in Deutschland erzogen worden sind, auch wenn sie danach nicht mehr in Deutschland leben. Diese Renten und die versicherungsfremden Leistungen werden auch in Zukunft in die Ukraine bezahlt. Und aus ukrainischer Sicht bedeutet das, ein drei Jahre lang in Deutschland erzogenes Kind ist die Rentenansprüche aus 43 ukrainischen Arbeitsjahren wert. Das zeigt Ihnen deutlich, dieses deutsch-ukrainische Sozialversicherungsabkommen ist nicht sinnvoll. Es verringert den sozialen Schutz aller. Es fördert den sinnlosen Export von Leinungen ins Ausland. Und deswegen bitte ich Sie, Sie sollten dieses Abkommen wirklich nachbessern, statt es heute ratifizieren zu lassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Matthias Zimmer für die CDU-CSU-Fraktion.